Leben bedeutet für mich dieses wunderschöne Ding, das wir in der Hand haben, das einzige Wissende, was wir eigentlich haben, dieses Leben, dieses Leben wirklich zu leben. Und dann kommen wir immer auf diesen kleinen Punkt wieder zurück. Also Leben bedeutet lachen, Freude haben, Freude am Leben zu haben, gesund bleiben. Das ist das drinnen, was du dir reingebst in den Motor, was dann herauskommt. Also ist es total wichtig, dass wir beginnen, uns wirklich um die Ernährung Sorgen zu machen, vor allem für die Kinder. Für es ist die Aufgabe der Eltern, den Kindern, das weiterzugeben. Ich darf mit meinen Bildern ein Herz für Kinder unterstützen, weil sie die Zukunft sind. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist unsere Zukunft und es liegt bei ihnen. Und das ist unser Weiterleben und deren Zukunft. Und das soll man mit allen möglichen Mitteln machen. Ich habe versucht, zwei Konträre zu schaffen. Der Hintergrund ist ein bisschen dünkler, ein bisschen kühlere Farben. Und der Vordergrund, das Mädchen, dieses Lachen mit hellen, freundlichen, roten, gelben Strichen. Ich habe es genannt, catch me if you care. Und so soll es eigentlich sein. Wir catchen nach dem Leben, nach der Gesundheit, nach der Freude. Das war's für zwei, zwei. kill geplant.